Die WSOP 2017 ist im vollen Gang und das besprechen wir heute wieder mit Arvet Klön vom Boko Olympe und ich Robert Werthern von Plan P. Wir schauen uns heute an, nur wir haben uns vier schöne Events rausgepickt von der WSOP, keine Sorge, mehr wird es nicht werden. Dann haben wir uns angeschaut, was dieser Wahnsinn eigentlich bei der Play of the Year Wertung soll. Weiters bei Bokastars gibt es einige Neuerungen und die WSOP wird breiter. Kiffen erlaubt ab sofort auf der WSOP. Arvet, lass uns anfangen mit einem wundervollen deutschen Ergebnis beim 10K PLO. Genau, das Turnier ist jetzt schon etwas länger entschieden, aber wir haben einen Finalisten dort gehabt, den Murat Tolek aka Pantau77, der auch auf Twitch aktiv ist. Der hat es dort an den Finaltisch geschafft, ist siebter geworden, hat 106k mitgenommen. Das Ganze ist deswegen besonders bemerkenswert, weil das ist sein erster Live Cash überhaupt. Bislang war er halt vor allen Dingen Online aktiv, war jetzt dann halt so WSOP nach Vegas gefahren und dort dann ja gleich mal in den siebten Rang in den Championship Event. Ist schon nicht schlecht für ihn, glaube ich. Das ist eine Leistung. Selbstverständlich haben wir mit Murat ganz kurz nach seinem Sieg, kurz vor seiner Abreise mit ihm gesprochen und das sagte er über seinen Finaltisch. Ich war immer Smallstack. Ich hatte ja immer zwischen 10 und 20 Big Plans, die ganze Zeit. Aber so spiele ich halt gerne. Ich liebe dieses Smallstack-Spiel und versuche halt immer die richtigen Gegner rauszusuchen. An dem Tag hat es halt funktioniert. Am letzten Tag, wo wir dann nur noch zu siebt waren, bin ich halt da reingegangen und zwei Leute haben mich gecallt. Hätte ich in den Pott gewonnen, dann wäre ich wieder schön in der Mitte, dann hätten wir was rocken können. Aber meine Chance war genau ein Drittel. Danach habe ich es ja im Video gesehen. Da standen ja die Prozente und es hat halt nicht funktioniert. Aber wie auch immer, geiles Erlebnis. Und ich muss das natürlich für mich analysieren. Ich habe viele Sachen zurückgeschickt bekommen. Ich versuche das zu analysieren und beim nächsten Mal halt noch stärker da rein zu gehen. In dem Interview erzählt er übrigens auch, wie es dazu kam, dass er überhaupt nach Las Vegas gefahren ist und warum er das 10K-Turnier überhaupt mitgespielt hat. Gut, Gratulation an Murat. Tolles Interview. Hoch sympathischer Kerl. Aber lass uns weiter tun, weil wie üblich fängt es hier irgendwann zum Ringen an. So, wir haben ein weiteres Bracelet. Jens Resch O.D. Lakemeier hat geschickt. Genau. Das zweite deutsche. Genau, das zweite deutsche Bracelet in diesem Jahr. Nach Christopher Frank hat jetzt Jens Lakemeier ein Turnier gewonnen. Das war ein vergleichsweise kleines Turnier. 197 Mitspieler beim 2500er Big Bad Mix Event. Da muss man sich erstmal überlegen, was heißt das überhaupt? Big Bad Mix. Da werden sieben verschiedene Varianten gespielt. Allesamt im No-Limit- oder Pot-Limit-Format. Und darunter dann sowas wie Hold'em, Low Ball, High Card Draw und Triple Draw. Und dazu dann drei Omaha-Varianten. Und die Omaha-Varianten, das sind halt die, wo der Jens Lakemeier sowieso Spezialist ist. Wir hatten ja schon mehrfach über ihn gesprochen in den letzten Wochen, nachdem er innerhalb von nicht mal acht Monaten sechsmal den PLO Sunday Grand auf PokerStars gewonnen hat. Und jetzt gleich das Bracelet hinterher. Super Sache. Er hat 112K mitgenommen in dem Event. Es ist sein erstes Bracelet. Nicht sein größter Cash, aber trotzdem eine super Sache für ihn. Und wir haben in den Top Ten noch einen weiteren Spieler, den Ismail Bojang. Der ist neunter geworden in dem Turnier. Selbstverständlich haben wir auch hier den Fresh-OD gefragt wegen dem Interview, aber es ist einfach nicht sein Ding. Das mag er so überhaupt nicht. Aber ich habe Ismail Bojang gefragt, wie er denn das Spiel von Jens miterlebt hat. Fresh hat in einem Pot-Limit-5 Card Draw-Pot ziemlich viel Glück gehabt. Er hat, glaube ich, einen 4-Outer getroffen in einem 3-Way-All-In. Und das hat ihm dann zum Sieg verholfen. Aber ob er den Tisch jetzt wirklich demoliert hat, ansonsten weiß ich nicht. Also ich sah es nicht mehr. Aber das ist halt beim Big-Bad-Mix, da fliegen die Leute schnell raus. Also das war vorher schon so und das liegt, glaube ich, eher am Spiel. Also ich glaube, es gibt kein Turnier, wo der Average-Stack so groß war wie in diesem Turnier, einfach weil die Leute immer so schnell rausgeflogen sind. Von Anfang an. Auch hier das ganze Interview mit Isi seht ihr auf Plan B ab Samstag oder Sonntag. Das ist dann die Überraschung. Gratulation am Fresh auf jeden Fall. Absolut cooles Ding. So, dann kommen wir zu einem Turnier, das sich nennt Crazy 8. Wir sind schon bei Turnier 60. Ich kann mich an Zeiten erinnern, wo bei Turnier 60 das Turnier schon seit 4 Turnieren aus gewesen wäre. Ja, aber wenn wir jetzt halt mit über 70 Turnieren in Las Vegas dabei sind und dann nochmal ein knappes Dutzend in Europa haben. Ja, die ESOP ist sehr, sehr groß geworden. Und mit Turnier Nummer 60, es ist noch lange nicht Schluss. So, Breaking News. Und zwar, es gibt ein weiteres Bracelet für Deutschland. Und zwar hat sich Sebastian Langrock im Event 64 im 1,5K No Limit Hold'em und Pot Limit Omaha 8 Hand Mixed durchgesetzt. Er hat 268.000 Dollar mitgenommen. Gratulation Sebastian. Und noch ein Ergebnis haben wir im Event 60 im 888 Crazy 8 No Limit Hold'em. Ist Kilian Gramatz weitergeworden hinter dem Rumänen Alexandro Papazian. Nichts desto minder. 464K gibt es für den zweiten Platz. Für den Sieg 888K. Erklärt vielleicht ein bisschen, warum dieses Turnier Crazy 8 heißt. Das ist das 888-Sponsorturnier, was halt komplett auf den WSOP-Hauptsponsor, nämlich 888, ausgerichtet ist. Also jede Zahl, die im Turnier vorkommt, das Bayern, die Garantie für den Sieger, hat alles irgendwie mit der Zahl 8 zu tun. Und das Turnier ist abgegangen wie Schmidts Katze. Das war schon letztes Jahr ein sehr, sehr erfolgreiches Turnier. Es kostet halt 888 Dollar als so ein Re-Entry Turbo No Limit Hold'em Turnier. Und letztes Jahr waren 6.800 Spieler, die ungefähr dabei waren, dieses Jahr 8.120. Also das läuft richtig gut. Nachdem wir letzte Woche darüber gesprochen hatten, dass die Zahlen bei der WSOP in sehr, sehr vielen Turnieren rückläufig sind, dieses Turnier war davon nicht betroffen. So, und jetzt kommen wir zu etwas. Eigentlich ist es meiner Meinung nach die echte Weltmeisterschaft. Nämlich das 50k 8-Game. Mit Sicherheit aus dem Turnier geht der beste Poker-Spieler des Jahres heraus. Oder ist das zu viel gesagt? Ja, natürlich ist es zu viel gesagt, weil es gehört immer noch Glück dazu. Aber wenn es ein Turnier ist, dann ist es dieses Turnier. Weil 8-Game, du musst extrem viele Varianten richtig gut beherrschen können. Das Turnier ist auf fünf Tage ausgelegt. Das heißt, man hat wirklich sehr, sehr viel Zeit, dort mit seinen Chips was zu machen. Man fängt auch mit unglaublich vielen Chips an. Und 50.000 Dollar ist halt echt mal kein Pappenstil, den man da hinlegen muss, um überhaupt mitspielen zu können. Letztes Jahr waren es 93, ich glaube 90 Mitspieler. Dieses Jahr waren es 100. Es ist ein bisschen hochgegangen. Es ist die zwölfte Ausgabe dieses Turniers. Gespielt wird so um 4,8 Millionen Dollar. Das ist halt eine relativ große Hausnummer. Und wenn man sich einfach die Namen der Finalisten anguckt, dann stellt man schon fest, okay, die Leute, die es dort in die Preisgeldränge geschafft haben und die Leute, die ganz vorne mitspielen, das sind auch genau die Spieler, die zig, nein, die zumindest Millionenhändler Erfahrung haben in diesen Mixed-Game-Varianten. Das sind größtenteils Online-Spieler, die dort seit zehn Jahren ungefähr alle Spiele online mitspielen auf den höchsten Limits und entsprechend gut sind. Und ja, so sieht es dann eben auch aus. Wir wissen jetzt leider das Ergebnis nicht ganz genau. Wir zeichnen etwas zu früh auf, aber wir haben zumindest einen unglaublich interessanten Namen da drin, nämlich Ivo Donnev, den Österreicher, den wir seit über einem Jahr nicht mehr an den Pokertischen gesehen haben. Auf einmal taucht er dort auf und spielt dieses unglaublich teure Turnier mit und hat es sogar in die Preisgeldränge geschafft. Stinkt nicht ganz, dass er nicht an den Pokertischen aufgetaucht ist. Ich habe mir angesehen, seinen Handen-Mob-Eintrag, was er denn für Turniere, bei welchen Turnieren er in letzter Zeit gecashed hat. Und Tatsache ist es, dass Ivo Donnev im Zeitraum von September 2016 bis Juni 2017 kein Turnier gespielt hat, wo ein Höheres bei ihm von 440 Euro war. Das ist ein bisschen absurd, dass Ivo Donnev, der 100 Euro Turniere im Casino prägend spielt, dann plötzlich bei den 50k Turnieren in Las Vegas auftaucht. Es hat geheißen, Paul Preiss hat das, glaube ich, in seinem Vlog gesagt, dass Ivo Donnev als Trainer für, wie heißt der Casino-Besitzer? Ich verdränge den Namen tatsächlich. Genau. Da er als Trainer mitgefahren ist und deshalb das 50k Turnier mitspielt. Nichtsdestotrotz, grandiose Leistung für Ivo Donnev. Er ist immer zwischen den Top 3 und Top 5, was ich jetzt beobachtet habe. Es ist aber noch ein zweiter Deutscher, ein völlig unbekannter, nämlich der Johannes Becker, nämlich auch noch mit dabei. Der hat ungefähr das gleiche Schicksal wie Ivo Donnev scheint mir. Nämlich, auch da habe ich mir den Handen-Mob angesehen, der hat drei Einträge drinnen, davon ein 12. Rang Bayern 30 Euro Turnier im Montesino. Dafür über den neunten Platz bei der WSUB in Berlin 2015. Ja, der Johannes Becker ist, ja, der Name ist natürlich nicht so ganz bekannt. Allerdings handelt es sich hierbei um einen relativ erfolgreichen Online-Spieler. Eben auch, das sind genau die Spieler, die dieses Turnier anzieht. Und ja, der kann sich das Bayern dort leisten und hat sich auch seine Geräte online bereits verdient. Wahrscheinlich. Kennen wir seinen Online-Namen? Ich habe eine sehr starke Vermutung, ja. Nun gut, dann lassen wir es. Wir spekulieren hier nicht. Lieber Abed, es gibt auch Favoriten für das Main Event. Ja, gibt es auch. Klar, wobei bei Main Event die Sache nicht so ganz klar ist, weil halt doch ein bisschen mehr Spieler teilnehmen. Letztes Jahr hatten wir 6700, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, so um den Dreh rum. Dieses Jahr dürfte die Zahl in einer ähnlichen Größenordnung liegen. Da ist es natürlich sehr schwierig, von Favoriten zu sprechen. Nichtsdestuminder kann man bei der Seite Pokershares.com Anteile von Spielern kaufen. Das sind fiktive Anteile. Aber ja, man kann halt Anteile kaufen. Ebenso kann man direkt auf Spieler wetten. Und die Jungs von Pokershares.com haben dort als Favoriten auserkommen Phil Ivey. Obwohl da nicht ganz klar ist, ob er wirklich mitspielen wird. Daniel Negriano ist Favorit. Conor Dreenan gehört zu den Favoriten. Und natürlich Fedor Holz. Wenn man auf die Wetten abschließt, dann kriegt man eine Quote von 1 zu 400. Auf den Sieg. Das ist jetzt keine sonderlich gute Quote. Also würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen, da Wetten drauf abzuschließen. Zeigt aber, dass das diesen Spielern doch relativ viel zugetraut wird. Bezüglich der Anteile, wenn man die kauft, dann kriegt man die mit einem Markup von ungefähr 4,5. Das bedeutet, wenn man 1% von denen kauft, das würde, wenn man es ganz fair erwerben würde, 100 Dollar kosten. In dem Fall kostet es dann 450 Dollar. Ja, aber sollte einer von denen das Turnier dann gewinnen tatsächlich, dann kriegt man auch eben 1% von der Siegprämie ab. Was dann für den ersten Platz bei ungefähr 8 Millionen Dollar schon 80.000 Dollar wäre. Also könnte sich auch durchaus lohnen. Das Main Event wird übertragen von ESPN 2. Das heißt, man kann das Ganze, wenn man ein ESPN Abo hat, dort direkt gucken. Wenn man das nicht hat, kann man es auf Poker Go schauen. Soweit ich das bislang richtig verstanden habe, wird Poker Go zumindest die späteren Teile eines jeden Tages komplett übertragen, möglicherweise alle. Poker Go kostet, haben wir bereits über die Wochen 10 Euro pro Monat. Es ist ein Abo, was sich nicht automatisch verlängert. Also wer das Main Event sehen will, kann sich das dann jetzt für diesen Zeitraum einfach kaufen. Kosten 10er ist halt noch relativ übersichtlich. Auch wenn wir, ich zumindest, genug über Poker Go gemeckert habe in letzter Zeit einfach die wichtigsten Turniere, wie zum Beispiel eben das Poker Players Championship, nicht übertragen wird. Main Event ist jetzt halt, so wie es aussieht, dabei. Also wenn Fedor Holz tatsächlich das Main Event auch noch gewinnen sollte, dann wäre er, glaube ich, unsterblich, oder? Ja, wir dürfen nicht vergessen, dass Fedor Holz schon mal sehr, sehr weit gekommen ist und bis zu den siebten Tag des Main Events gelangt ist. Also es ist bei Fedor Holz sehr, sehr schwer, Sachen zu finden in seiner Karriere, die er am Pokertisch noch nicht geschafft hat. Ja, gut. Somit sind wir auch unserer selbst auferlegten Fedor-Holz-Nennungspflicht nachgekommen. So, kommen wir zur Geisteskrankheit-Player of the Year-Wertung. Das ist ja, das ist ja was vollkommen Schwachsinniges, wie es aussieht, oder? Wir haben dort einen Chris Ferguson, der allseits beliebte Chris Ferguson, ziemlich weit vorne mit ausschließlich Mink-Cashes. Erklären Sie nochmal bitte, Arbit, warum ist die Player of the Year-Wertung so komisch und so wenig aussagekräftig wie kaum zuvor? Eine Player of the Year-Wertung wird halt dieses Jahr mit einer neuen Formel berechnet. Ich glaube, egal welche Formel man anwendet, es würden sich immer genug Leute finden, die sagen, das ist bescheuert, wie das gerade gerechnet wird. Wobei ich glaube, dieses Jahr hat es einen besonderen Grad der Merkwürdigkeit erreicht. Weil dieses Jahr werden tatsächlich Mink-Cashes besonders gut gewertet. Also mehr oder weniger ist diese Player of the Year-Wertung so ein bisschen eine gewichtete Wertung der Anzahl der Cashes. Das heißt, ein Spieler, der einfach unglaublich häufig gerade so in die Geldringe rutscht bei Turnieren, der hat eine sehr, sehr gute Chance darauf, in der Player of the Year-Wertung ganz weit oben zu stehen. Das sieht man auch darin, dass halt die beiden Führenden, John Rayson und Chris Ferguson, halt jeweils 14 Cashes bislang hingelegt haben und damit führen. Keiner von beiden hat wirklich ein richtig herausragendes Ergebnis dabei erzielt. Ist halt ein sehr merkwürdiges Berechnungsmodell. Ich glaube sogar von Ferguson, das sind zwölf Mink-Cashes gewesen. Ja, mehr oder weniger. Also ich glaube, es ist mindestens ein Final-Table auch dabei. Allerdings halt wirklich sehr... Ja, es ist genau ein Final-Table. Sehr wenig, um jetzt zu sagen, okay, dieser Spieler hat sich irgendwo in den Vordergrund gespielt. Es war halt in den früheren Jahren so, dass die Spieler in den 10K-Championship-Events überproportional berücksichtigt wurden, weil es dafür besonders viele Punkte gab. Das ist dieses Jahr nicht mehr der Fall. Es wird eine sehr, sehr einfache Formel dort benutzt, um das auszurechnen. Und dabei kommt jetzt halt das mal raus. Ich meine, wir haben jetzt mit John Rayson und Chris Ferguson neuen Rekord. Bislang hatte der Easy Bojang mit 13 Cashes in einer WSOP-Saison den Rekord bezüglich der meisten Cashes gehalten. Er ist jetzt gebrochen und es sieht nicht so aus, als würde Bojang dieses Jahr noch aufholen können, vielleicht nächstes Jahr. Aber bezüglich der Spieler des Jahres Wertung sieht es so aus, als wenn am Ende irgendjemand gewinnt, wo sich dann alle fragen, hm, hat der bei der WSOP überhaupt irgendwas gerissen? Das ist etwas absurd, der David Bach, das ist der einzige Spieler, der zwei Bracelets dieses Jahr bislang gewonnen hat. Er liegt auf Rang 44 derzeit. Also, ja, da ist... Steht in keiner Relation. Kann man, glaube ich, sagen, so richtig aussagekräftig ist diese Wertung dieses Jahr nicht. In dieser Liste mit den besten Cashes ist nämlich Manik Löse mit 9 Cashes in dieser Saison auf Platz 16 in guter Gesellschaft mit David Baker und Daniel Negriano. So, kommen wir zu Online-Poker. Viel Neues gibt es bei Pokerstars. Na, so viel ist es jetzt nicht zugegeben, aber es gibt Neues von Pokerstars. Genau. Wir hatten schon vor grauer Zeit über das neue Stars Rewards-Programm gesprochen. Das Ganze heißt Schatzkisten und geht am 6. Juli live. Das heißt, wenn diese Sendung ausgestrahlt wird, dann kann man auf Pokerstars Schatzkisten nennen. Erstens, der gesamte alte VIP-Club von Pokerstars mit Supernova, Supernova Elite, etc., der ist jetzt endgültig passé. Das Ganze gibt es nicht mehr. Man bekommt jetzt pro Dollar Rake, den man erspielt, 100 sogenannte Reward-Points und mit diesen Reward-Points kann man Kisten erwerben, also Schatzkisten. Wie viel diese Schatzkisten kosten, das ist von Spieler zu Spieler unterschiedlich und es ist nicht so ganz transparent, was eigentlich welcher Spieler für die Kisten bezahlt hat. Das hängt davon ab, wie viel er eingezahlt hat, ob er Netto-Gewinner, Netto-Verlierer ist und welche Spielaktivität er in den letzten Tagen und Wochen an den Tag gelegt hat. Aber im Schnitt, die günstigste Kiste kostet ungefähr 150 Punkte. Das heißt, für 1,50 Dollar kriegt man Rake, kriegt man dann mal gleich so eine Schatzkiste von Pokerstars geschenkt. Und in diesen Schatzkisten stecken unterschiedlichste Preise drin. In der Regel handelt es sich bei diesen Preisen um die sogenannten Stars Coins. Das ist die Währung, die es jetzt auf Pokerstars auch schon gibt. Die kann man dann im Stars Shop ganz normal in Merchandise oder auch Geld oder Turniertickets umsetzen. In den Kisten sind aber auch teilweise andere Sachen wie dann wiederum Turniertickets oder weitere Reward Points für mehr Kisten, die man da drin finden kann. Im Grunde läuft es aber darauf hinaus, dass irgendwie hat das halt einen finanziellen Gegenwert, was man in so einer Kiste findet. Und dieser finanzielle Gegenwert ist nicht sonderlich hoch. Ich habe eine Frage, ist das nicht ein bisschen schwachsinnig, wenn man umgekehrt jetzt Partypoker anschaut, die 40% Wakeback machen und wirklich den Spielern was zurückgeben, so ein Schächtelchen mit Gimmicks drinnen? Kann man damit wirklich noch Spiele begeistern oder ist das sinnvoll grundsätzlich oder ist das völlig sinnlos? Ja, also es ist schwierig, das wirklich zu beantworten, weil wenn du das aus der Perspektive eines reinen Grinders betrachtest, dann ist dieses System aus Pokerstars hat schwachsinnig. Weil es ist intransparent, es ist kompliziert, es ist schwer nachzupassen, was da passiert und das Ganze ist halt auch noch mit einer riesigen Varianz, weil einfach es ist zufällig, was aus diesen Kisten rauskommt. Vielleicht noch ganz kurz dazu, wenn du die vier Kisten an einem Tag verdient hast, dann kommst du ins nächste Level und kriegst die nächste größere Kiste. Jetzt möchte man denken, hey, größere Kiste, cool, da ist bestimmt auch mehr drin. Das stimmt, da ist auch mehr drin, aber da ist proportional für die Punkte, die man dafür erspielen muss, weniger drin. Das ist halt auch so eine merkwürdige Sache, weil bisher war es bei Vielspielerprogrammen so, dass viel Spielen besonders belohnt wird. Jetzt ist es bei Pokerstars so, dass halt viel Spielen eher weniger belohnt wird. So, und jetzt nochmal, was du gesagt hast mit dem Schwachsinn. Es gibt durchaus Stimmen und ich glaube, da gibt es Berechtigung für diese Stimmen, die sagen, das, was Partypoker macht, ist der Schwachsinn. Die nehmen nämlich einfach ein System, was gezeigt hat auf Pokerstars, dass es nicht funktioniert, nämlich dieses flache Rateback, was sehr, sehr hoch ist für Grinder und versuchen das jetzt noch einmal. Weil du hast gewisse, es bringt gewisse Konsequenzen mit sich, wenn du es deinen Grindern so einfach machst und ihnen so viel Geld gibst. Nämlich du wirst einfach da Spieler heranzüchten, die sich an die Tische setzen und mit einer Plus-Minus-Null-Rinrate spielen und dann einfach von dem Rateback legen. Die einfach nur darauf aus sind, wie viele Tische, was ist das Maximum an Tischen, was sie spielen können, ohne dass sie Verlust machen, sodass sie ihr Rateback maximieren. Weil darüber kommen dann tatsächlich ihre Einnahmen am Ende. Und das sind nicht unbedingt die Spieler, die man zumindest in Massen an den Tischen haben will. Und Pokerstars hat jetzt alles dran gesetzt, diese Spieler von ihrer Seite irgendwie zu vertreiben, weil sie herausgefunden haben oder gelernt haben, okay, an diesen Spielern verdienen wir nicht genug, als dass es sich lohnt, damit unsere Gelegenheitsspieler zu vergraulen. Und das Programm, was sie jetzt haben, ist halt eins, was voll und ganz auf den Freizeitspieler herausgerichtet ist. Also, ja, das ist das, was jetzt bei Pokerstars passiert. Inwieweit das Schwachsinn ist, das weiß ich nicht, weil ökonomisch gesehen für Pokerstars ist es im Moment gar nicht so verkehrt. Und es ist nicht so, dass ihnen jetzt die Freizeitspieler deswegen den Schaden weglaufen. Es ist so, dass jetzt die Grindern sagen, okay, gehen wir zu Partypoker. Allerdings, wenn Partypoker nicht gleichzeitig irgendetwas tut, um eben auch Freizeitspieler und Nettoeinzahler anzuziehen und auf der Seite zu halten, dann haben die Grindern-Männer auch nichts davon, wenn sie einfach an komplett versauerten Tischen sitzen und nichts von ihrem Rakepack haben, weil sie einfach die Spiele nicht mal mehr plus minus Null schlagen können, weil sie einfach nur noch unter sich sind. Um den stagnierenden Online-Markt ein wenig aufzufangen, hat es aber eine Marktzusammenlegung gegeben. Genau. Es ist so, dass wir in Europa teilreguliert sind. Also Frankreich, Italien, Spanien und Portugal sind jeweils regulierte Länder, in denen die Spieler unter sich auf völlig regulierten Seiten spielen. Deswegen haben die gesagt, okay, schmeißen wir uns doch zusammen. Diese vier regulierten Länder, wir machen jetzt einen Markt, tun dort alle Spieler rein und haben dann quasi einen großen südwesteuropäischen Markt. Sieht so aus, als würden wir dann auf den drittgrößten Markt nach Asien und im internationalen Markt gucken. PokerScout weist für diese Länder insgesamt so Spielerzahlen von ungefähr im Schnitt 4.200 Cashgame-Spielern aus, die im Schnitt gleichzeitig aktiv sind. Spitzenzahlen von ungefähr 9.000. Ist jetzt im Vergleich zum internationalen Markt mit Spitzenzahlen von 37.000 gleichzeitig aktiven Cashgame-Spielern immer noch kleiner, aber eben deutlich größer als die einzelnen Länder selbst. Also das kann man relativ gespannt verfolgen. Gleichzeitig haben sich Länder wie Großbritannien und Dänemark schon interessiert gezeigt, dass sie da eigentlich dran teilhaben wollen und in diesen Markt gegebenenfalls hinein wollen. Dann würde dieser Markt natürlich noch größer werden. Auch Deutschland war bei diesen ersten Regulierungsverhandlungen mit dabei. Und ja, ich meine, wir mit dem Glücksspiel-Staatsvertrag sind ja sowieso nicht wirklich weitergekommen mit unserer eigenen Regulierung. Das heißt, es könnte tatsächlich sein, dass in nicht allzu ferner Zeit wir irgendwann einen etwas abgeschotteten, komplett regulierten europäischen Markt haben. Kommen wir zu etwas breiteren Thema. Kiffen auf der WSOP ist erlaubt ab sofort oder gibt es da doch Einschränkungen, auf denen man aufpassen sollte? Wenn ich das richtig verstanden habe, darfst du in Nevada kiffen, nicht jedoch in den Örtlichkeiten des Rio-Casinos, weil das hat dort eben immer noch Hausrecht und sagt, nee, bei uns werden keine Drogen genommen und wird auch nicht gekifft. Also da sollte man sich jetzt nicht einfach auf den Standpunkt setzen, ist doch legal und sich dann einfach am Tisch einen Joint anmachen. Das ist, glaube ich, nicht die beste Idee, weil es dann dazu führen kann, dass man von der WSOP direkt ausgeschlossen wird. Wobei ich wirklich sagen muss, dass das Kiffen auf der WSOP im Prinzip so eine Augenauswischerei ist. Es wurde immer schon geraucht, selbst vorne in dem großen Raucherbereich. Es gibt hinten, wenn man hinten bei den Toiletten rausgeht, wo die Zulieferer von der WSOP, von Rio's hinkommen, da gibt es einen sehr, sehr großen Hof und das ist der Kifferhof. Und dort kommen keine Securities vorbei, es hat noch nie jemand was gesagt. Ich finde es okay, ich bin für eine Legalisierung. Du hast dazu wenig Meinung, oder? Ich bin absolut für eine Legalisierung, ohne Frage. Ich bin aber auch dafür, dass am Tisch selbst nicht unbedingt geraucht werden gekifft wird. Also ich war selbst lange Jahre professioneller Raucher. Allerdings am Pokertisch ist das wirklich schon eine ziemlich unangenehme Sache, wenn man sich dem dann nicht entziehen kann. Genauso halt mit Gras, weil das halt nochmal etwas... Ja, aber da geht es primär um das Zigaretterrauchen, oder? Da geht es grundsätzlich um den Tabakkonsum, der Rauch verursacht. Ja, natürlich. Also, wie gesagt, draußen oder in speziellen Räumen können die Leute von mir aus gerne machen, was sie wollen. Solange den Leuten nichts... Da muss man, man muss aufpassen, man muss aufpassen. In Nevada ist das Gesetz aber auch noch so, dass man auch nur in geschlossenen, privaten Räumen kiffen darf. Also man darf nach wie vor nicht auf der Straße rauchen oder in einem Lokal. Man darf sich nicht draußen hinstellen, irgendwo rauchen, wenn man ein Nichtraucherlokal verlässt. Also es ist nur in privaten Räumen gestartet und Personen über 21 Jahren und einiges mehr. Ja, ich gratuliere euch zur neuen Seite. Ja. Boko Olymp hat die Kollegen von Boko Olymp haben eine neue Seite kreiert. Moderne Aufmachung, mir gefällt es gut. Ja, wir sind unser uraltes Boko Olymp blau losgeworden. 2006 haben wir angefangen mit unserem Blauton, der kommt jetzt tatsächlich einfach mal nicht mehr vor. Ja, wir sitzen hier am Berg um. Übernächste Woche geht schon die Boko EM los, wo dann die Sabine moderieren wird. Aber nicht für Plan B sein, das ist dann für Casino TV. Freue ich mich schon drauf, wir werden dort dann einige Interviews auch holen. Ja. Sehr schön. Ich danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Ich danke fürs Zuschauen.